Das heißt, unsere Chance besteht also in Zukunft darin, uns zu verändern. Und das ist jetzt eigentlich meine Idee. Ich bin jetzt 25 Jahre im Job drin und habe innerhalb dieser 25 Jahre einiges gelernt. Jetzt werden Sie vielleicht schon ein bisschen überrascht sein. Ich sage, Business ist simpel. Business ist simpel, wenn Sie sich an einige Spielregeln halten, die diese Grundvoraussetzungen dafür darstellen, dass wir lange im Geschäft bleiben können.